so moin moin und hallo und willkommen zu einem weiteren video ja ich wollte eigentlich heute mal sagen so ich bin ja zum bald ne ich wollte eigentlich nur sagen dass ihr die besten seite ich hab die 95 geknackt 100 ist ein abos beschleuner aber ich muss mich leider entschuldigen ja es wird zwar was aber ich wollte für die 100 wo ich ja sechs stunden stream machen habe ja die ganze angekündigt so und ich würde ja gerne an den sechs stunden wir jetzt zwei mal drei machen will ich so machen gut damit ich wahrscheinlich ich wollte gerne dings machen also ja meist party auf der grünen stelle wisst ihr so und da ich ja eine neue leitung wir wissen es noch nicht wann telekom muss das als freigeben weil telekom ist das ganze wir sind ja bei 1 und 1 und so weiter aber wenn ich zu den 100 kommen ich denke mal wir werden das so machen wir werden so an die zwölf stunden gehen ich werde wenn wenn ich die 100 jetzt knacken würde diese woche also wenn ich freilich freilich mal den live stream ganz normal um halb drei drei vielleicht weil es soll ja scheiß wetter sein entschuldigung wenn ihr mich nicht hört wegen dem wind das ist ein bisschen windig so ich dreh mich dann mache ich zwei oder drei stunden singe weil ich muss ja für die meist party muss ich das ja alles organisieren ne leute leute die die map kriegen und so weiter und so fort das muss ich alles hinkriegen ne also das muss stimmen alles so und dann müssen wir das hinkriegen und dann ja also wenn wir sehen ja gut ich zeig mich nicht ne tut mir leid das ist so moin ähm weil ich gehe ja ne und ja dann werde ich erstmal single spielen und wenn das denn los geht also wenn ich dann mehr als 100 habe ist das ja auch egal ne hoffentlich nimmt ihr mit ich entnehmt ihr mir die abos nicht weg so dass ich 100 bekommen und gestern war einer da der hat mich abonniert im live stream und hat mir den abo wieder geklaut ne und dann müssen wir sehen dann mache ich die meist party denn mit drei vier fünf sechs stunden so dass wir an die neun stunden rangehen ne acht neun stunden dann machen wir den abo special mit acht neun stunden also dann mache ich teil 1 mache ich den live stream wenn ich dann 100 abo special mit dem wenn ich die neue leitung habe das kann ich versprechen wann die kommt das kann man eben so drei vier wochen noch dauern ne das heißt so im märz april wer das kommt ich weiß es nicht ist es schon früher ne habt geduld bitte ich würde es nur euch nur sagen ne also ne hoffentlich nimmt ihr mir die abos nicht weg bleibt dabei mach weiter so daumen nach oben abo ne ja freue ich mich richtig drauf ne ihr seid die besten wirklich ich mache jetzt mal ein video so weil ich mir das gedacht habe heute mal in den wald zu gehen nach dem live stream guck mal der live stream die ich heute gemacht habe der hatte schon 140 aufrufe also und ich hatte insgesamt ja insgesamt weiß ich nicht aber ich hatte auf jeden fall im ganzen um die 20 zuschauer und das hatte ich noch nie oder sagen wir schon an die 30 so ne also leute macht weiter so ne freue ich mich richtig drauf daumen nach oben abo immer immer da lassen ne ähm freue ich mich richtig drauf ne sag jetzt mal bis dahin also geduldet euch ne immer schön gucken und ich weiß nicht 2-3 wochen vielleicht noch dauert das wenn nicht länger kann ich euch sagen kann ich euch nicht sagen wer ich ankündig ne weil unsere ganze auffahrt muss noch aufgebotet werden und hast nicht gesehen gesagt nicht ne ja geduldet euch immer mal den Daumen da lassen Abo geben würde ich mich richtig freuen ne dann sag ich mal bis dahin Vanzig Vielen Dank.